So geht's. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ja komm, das kriegen wir hin. Sind wir jetzt alleine, oder? Oha! Muss man da klettern? Ventilator. Dann noch ein Ventilator. Und da ist das Ziel. Ganz vorne sind wir. Okay. Okay, wie springe ich? Mit A wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Warum sind die schneller als ich? Haha, easy. Oh, da kommt's nochmal. Ah, alles geplant hier. Zack. Ey! Ey! Was zur Hölle? Ha, nochmal springen. Okay, aufs Förderband. Wie kann ich mich festhalten? Ah, so kann ich mich festhalten. Okay, okay, okay. Jo! Nee! Ach! Okay, kein Problem. Kein Problem! Wir dürfen nur nicht unter die Letzten kommen. Ja! Ja! Okay! Nein! Oh, nee! Ja! Komm, 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 komm! Nee, ich geh außenrum. Das wird so gefährlich da. Komm, 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 komm! Und, hoppah! Ja, 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 ja! Und einmal springen. Was? Der hat mich runtergeschubst! Warum ist das so langsam? Hä? Nee! Kann man auch irgendwie einen Hechtsprung oder sowas machen? Komm, 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 komm! Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's! Komm, 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 komm! Ja! Oh, 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 oh! 40 Start! Easy! Ich sag doch, was krieg ich hin? Als ob ich direkt in der ersten Runde rausfliege. Bergspitze. Finale? Oha, okay. Finale? Ich hab die Chance, als erster da reinzukommen. Oh mein Gott! Oha! Okay, egal, wir sind ins Finale gekommen. Das ist doch für, für so ne, für den frühen Verlauf des Abends schon richtig gut. Oh lol, ich hätt da springen müssen. Oh nee! Okay, okay. Brand vorbei. Brand vorbei. Okay, die schnellen Schwinger. Ja, easy! Nee! Ja, er hat's, er hat's, nee! Zweiter, okay, Zweiter. Zweiter, ich wär Zweiter gewesen jetzt. Gar nicht so schlecht. Okay. Du hast jetzt 2750 lila Dingens. Ja, ja, ja. Hab ich auch grad gesehen. Aber die, äh, sammle ich erstmal. Ist ja egal, damit kann man sich nur wieder neue Outfits kaufen und so. Kann man mal bei, bei Gelegenheit mal so nebenbei machen. Erstmal jetzt ein paar Runden spielen. Also jetzt werden wieder Türen eingeknüppelt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder von diesen, die Türen, die fallen so auseinander und das bleibt ja so doof auf der Strecke liegen. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht die ganze Zeit wieder gegen meinen Kopf bekomme und stecken bleibe. Wie grad eben. So, ich versuch nicht ganz vorne mitzulaufen. Genau, aber so ein bisschen vorne mit. Ja, schieb die ganzen Sachen schön mit. Kein Problem. Oh, hier ist du, hier. Nee, nee! Oh, ihr Dummbatzen! Rechts, oder? Ja! Wusste ich. Oh lol, das war weggeglitscht. Die Tür. Mist! Wo denn? Nur die eine? Kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was denn geknubbelt? Echt, Sprung runter. Komm, 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 komm. Ich schaff' ich, 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 schaff' ich! Ja! Ja! Oh Mann, ey. Sonst bist du alleine im Finale. Hast du einfach keine Gegenspieler. Oh, die nehmen jetzt ernsthaft noch den Sturzball? 50-50? Hä? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, stark verteidigt. Die haben schon ein Tor gemacht. Okay, ich versuche wieder ein Anschluss-Tor. Okay, 1-1. Und das zweite geht hinterher. Nice. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Der Ball kommt nicht gut. Ach, scheiße. Oh ja, super. 3-1. Das wird ein Teamspiel, was wir mal gewinnen könnten. Ja, ja, ja. Ich habe ein Tor gemacht. Ja, super Block von mir. Und nochmal. Tor! Tor! Super! Nice, schon das zweite Tor. Egal, den durchlassen. Lass ihn einfach rein. Egal. Der Idiot hat sich mit mir hier auf ein Greifspiel eingelassen. Oh nein. Ja, ich mache noch ein Tor. Boah, Kopfball. Komm, 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 komm. Ich mache noch eins. Ich mache noch eins. Ja, Kopf rein. Ja. Ja. So gut, ey. So gut. Ich rede immer wieder mit meinem Monitor. Tor für den FC Jabu. Eiergerangel. Hol dir Eier. What? Eier? Erst Schwänze und jetzt noch Eier. Alles klar. Oh, das sind goldene Eier. Die geben bestimmt mehr. Oh, ich bin ganz vorne. Ich muss an ein goldenes Ei kommen. Ich muss an ein goldenes Ei kommen. Ich habe ein Ei. Ich habe ein goldenes Ei. Ich habe ein goldenes Ei. Ich habe ein goldenes Ei. Okay. Ja, scheinbar. Nee, der klaut mein goldenes Ei. Als ob. Als ob. Ich mache jetzt einfach so die Eier. Hallo? Ja, ich habe den. Ich meine, Geld muss ja einfach nur weniger Eier haben als wir, oder? Also kann ich doch einfach alle Eier rausschmeißen. Voll die Arsch-Taktik. Ich gehe einfach nur... Ich schiebe hier einfach nur die Eier raus. Ich gehe einfach nur die Eier rausschmeißen. Scheiß drauf, wer sie nimmt. Hauptsache sie nimmt, Alter. Hier ist noch eine. Hier ist noch... Nehmt ihr Eier. Ich frege sie euch alle. Egal ob blau oder rot. Ihr alle dürft ein Ei haben. Jetzt haben sie es gerafft. Ich nehme einfach nur die Eier. Ich nehme einfach nur die Eier. Weg, City Game. Weg, City Game. Okay. Das ist eine... Ich mag das nicht. Ich habe das noch nicht ganz gerafft. Wir müssen jetzt hier einen Weg finden, aber... Okay. Okay. Nee. Schweine-Button. Scheiße. Ja! 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 Wohohohohohohohoho!